Ihr wollt wissen, was da jetzt weggeflogen ist? Dann bleibt dran! Tag auch, wie ist es euch? Ich bin der Sven und wir spielen heute eine weitere Runde Satisfactory. Was haben wir heute vor? Erstmal ein Käffchen. So. Heute wollen wir hier drinnen weitermachen. Also, eine Sache. Hier drinnen schön die Geschenke weiter verteilen, Schneebälle machen. Und dann hätten wir das hier fertig. Das werde ich auch wieder schön zusammenschneiden. Wie beim letzten Mal beim Rundbauen. Die Sonne geht auf. Hier drinnen sieht man das ohne Fenster. Und dann wollte ich noch einmal in den Kalender gucken. Zwei Tage haben wir noch offen. Und natürlich werde ich noch versuchen, irgendwie eine Rakete hinzukriegen, weil frohes neues Jahr euch allen. So. Dann fangen wir, glaube ich, an. Womit fangen wir denn am besten an? Ich könnte... Was sagt mein Inventar? Mein Inventar sagt ja. Ich glaube, ich fange einmal an mit Verkabeln und Verstromen. Hier vorne sieht ein bisschen leer aus. Achso, das habe ich auch noch nicht alles angeschlossen. Ich muss irgendwo auch nochmal nachzählen. Sagt er mir... Der werte Herr Spielkind. Aber... Das werden wir ja sehen. So. Oh. Ach, ich habe euch den einen auch noch nicht das Rezept eingestellt. Stimmt doch, oder? Natürlich nicht. Das wird ja noch lustig. Dann fangen wir doch damit an. Das erst mal zu machen. Ich habe keine Ahnung, bei welcher Reihe ich mich verzählt haben könnte. Irgendwo muss ich wohl 15 plus 7 gerechnet haben und kam auf 23. Das haut nicht hin. So. Genau. Wir kommen mit den Einstellungen kopieren. Und einmal durch hier. Das geht ja wunderbar schnell. Jetzt sind wir schon mal wieder bei denen angekommen, die auch Strom haben. Schön. Ähm. Doch. So. Ne, nicht F. E. Da rein und weiter. Vielleicht jetzt. Okay. Irgendwie habe ich gerade was anderes gelesen. Was mich vollkommen gewundert hätte, aber. Merke, hier hinten habe ich noch keinen Strom. Hier schon. Okay. 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 Das wird noch eine ganze Menge Arbeit, den ganzen Spaß hier jetzt wieder fertig zu kriegen. Deswegen will ich das halt zusammen schnibbeln. Moment. Okay. wahrscheinlich waren sie die letzten oder sie durften sieben sein oder 1 2 3 4 5 6 7 und dann mal gucken 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 ich habe die 7 plus 10 irgendwo habe ich empfehlen whatever so ein weiter ich muss nicht einfach hier erst mal jetzt aber unpraktisch das jetzt hier ja nichts ist ja ich könnte das auch nicht machen ja das ist doof da machen wir dann was auch hier dran guttartig 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 und jetzt geht's guttartig da kann man sich jetzt wieder ganz gut orientieren ok ich muss ehrlich gestehen die arbeit hier habe ich vollkommen unterschätzt aber das ist ja jetzt nie so schlimm und weg hier kommt eh noch nichts an passt schon so aber wenigstens ist die reihe auch schon mal die geschenke sind ein bisschen langsam da hinten das muss auch erst voll werden alles es kommen wenigstens welche hätte nämlich noch schlimmer sein können das weiß ich nicht jetzt so durch den weihnachtsurlaub das durch den weihnachtsurlaub erstmal hier nichts mehr rauskommt aber die produzieren noch gut dann passt das so aber was wir zuerst machen ist den Eingang suchen da ganz unten ist genau irgendwo hier unten war ein Eingang stimmt das war die Nummer mit den Apparellos so und jetzt schauen wir erstmal nee das war uns am ähm muss uns angucken was noch im Kalender war so einmal hier durch die Gegend so ein bisschen gedüst gedüst so hier rauf hüpf und hüpf nochmal und dann sind wir auch schon hier da da gibt es hier was neues nein 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 auch nicht sowieso nicht sowieso nicht erst recht nicht so äh und ich könnte mal eben hier reingucken 216 da ist doch schon mal ein bisschen was so einmal hier rum hier raus hier hoch und schon sind wir hier vorne dann suchen wir uns noch die 24 und die 25 tadaaa die 25 haben wir hier da ist die 24 juhu ein neues Emote juhu und hier haben wir juhu Feuerwerk so neue Teile ich kann neue Teile falsch süßes originelles und glitzerndes was brauchen wir denn alles ok das sind alles drei Sachen die ich da vorne habe die ich auch noch produziere das heißt Pläne ändern sich einmal runter und zwar wir brauchen immer zwei Sachen das bedeutet ich brauche Produktion Fabrikatoren da fehlt mir wieder was für natürlich fehlt mir was dafür ich hätte es auch anders sein können ich habe Fabrikatoren da stehen und ich habe Fabrikatoren da stehen die ich nicht brauche die ich noch nichtmals mehr benutze eins zwei drei wovon habe ich jetzt so viel hier in der Tasche dass es last also Fabrikatoren wir lassen alles von hier hinten reinkommen wie auch immer das ist mir gerade egal wir lassen alles so reinkommen das ist besser so einmal zweimal dreimal ähm 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 Glitzerndes, Zweige und Schnee, natürlich. Originäres, Zweige und Schleifen, okay. Und, was ist das? Da soll rein, was soll da rein? Zuckerstangen! 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 Oh, how convenient! Ähm, was, was, Logistik da? Nee. Du bist schon mal drin. Perfekt. Ups. Was haben wir hier? Da haben wir die Schleifen, okay. Hier kriegen wir noch nicht raus. Was hier oben sind, die Zuckerstangen, ne? Da ist noch oben sind die Zuckerstangen. Ähm. Den Kollegen setzen wir da unten hin. Okay. Verdammt, die Kollegen setzen wir so nicht dahin. Den drehen wir an. So. Und, zack. Und, verdammt, ist zu lang. Eben so. Da haben wir die Schleifen. Unten werden wieder welche produziert. Passt schon. Was haben wir hier? Hier haben wir Geschenke drin. Geschenke ist auch schön. Was haben wir hier? Hier haben wir Zweige. Und wir haben eine Menge Zweige. Zweige gehen da hoch, gehen da rüber. Ähm. Wie haben wir hier Spaß denn hier gemacht? Enden die Zweige hier? Zweige kommen da rein. Gehen da rüber und da raus. Okay. Ähm. Echt jetzt? Verdammt, das ist zu eng. Ich auch. Ähm. Habe ich genug Beton dabei? Ich habe genug Beton dabei. Und einmal in den Sub-Modus. Null Problem. Hier steht ein bisschen über. Kein Problem. Die anderen zwei packen wir da hinten gleich dran. Und dann ist das gut. Äh. Logistik. Zweige brauchen wir sowieso überall. Und das heißt... Zweige brauchen wir für alles. Einzige, was uns jetzt noch fehlt, ist Schnee. Schnee, 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 Schnee. Geschenke. Zuckerstangen. Rode Kugeln. Habe ich hier vorne keinen Schnee produziert? Habe ich echt nix, wo Schnee produziert? Da ist irgendwas Kugeln. Da ist nichts. Du machst Zugerstangen. Du machst Zweige. Okay. Kein Schnee produziert. Das gefällt mir nicht. Warum habe ich hier keinen Schnee genommen? Ich hätte es schwören können. Hier ist irgendwo Schnee drin. Da drüben ist blau. Was haben wir bei dir? Schnee! Schnee! Du kommst von hier hinten. Perfekt. Das heißt... Wo setze ich dich so nix hin? Schnee hätte ich ja schon gerne hier. Aber das würde halt gerade so gut passen. Pass auf. Machen wir so. 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 Dann kommst du mit. Einmal hier hin. Einmal hier hin. Und einmal hier hin. Passt. Schnee wird produziert. Schnee geht da hoch. Die Dinger werden produziert. Gehen da hoch. Das wird produziert. Super. Ja. Hier. Komm. Äh. So. In die Richtung bitte. Und du gehst. In die Richtung. So. Das heißt. Die können wir anschließen. Indem wir sagen. Wir gehen einmal hier hinten lang. Und machen diesen Meister. Und lassen dich hier rüber gehen. Und packen dich dann da rein. Und du kommst. Hier auf die Ecke. Gehst. Hier hin. Wenn ich das irgendwo finde. Da. So. Und rein. Und dann machen wir nämlich das Ganze so einfach, dass wir sagen, hier kommt der hin. Und. Und. Da dumm, da dumm. Dort hätten wir den. Und dich nehmen wir weg. So. Ich stelle mir mal so davor. Und sagen. Mal gucken, dass wir das von da aus bis da drüben kriegen. Dementsprechend brauchen wir hier nochmal einen. Dann machen wir das hier wenigstens. Den einen machen wir schön. Totaler Schwachsinn. Aber komm. Und einen mal so irgendwo hier in die Mitte. Da. Nein. Ach. Schön ist auch relativ. Drei Räume überlappen. So. Ich weiß nicht, wie hier alles so überlappt. Und. Dort rein. Und wie ich sehe. Kein Strom. Natürlich. Ja. Zwei. Komm. Bitte. 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 Komm. Ich. Richtig. Zeit. So. Jo. Du arbeitest. Perfekt. Du fängst auch schon langsam an. Das passt. Das bedeutet. Hier kommt jetzt mein Splitter hin. Und. Du packst den Kram da mit rein. Und dort kommt ein Splitter hin. Und schon haben wir Feuerwehren. Also es fängt an zu bauen. Da fängt es an zu bauen. Da ist das erste schon fertig. Wir schnappen uns. ein paar industrielle Container. Und zwar. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Acht. Dann. Hier. Gleiche Höhe. Eins. Zwei. Drei. Komm. Vier. 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 Sechs. Sieben. Acht. Eins. Zwei. Drei. Vier. Vier. Sechs. Sieben. Mach nicht so'n Krach. Okay. Ist gut. Es fehlen mir viel. Habe ich hier irgendwas rumstehen, was ich wegmachen kann? Weiß mal, was ist bei dir drin? Nee. Mach ich nicht. Mach ich nicht. Nee, komm. Ich bin direkt im Lack. Dann hol uns die. Nein. Äh. Dort. Du warst, der fehlte, ne? So. Okay. Vielleicht schnüffel ich die Folge auch einfach nicht. Und wir machen heute das da vorne. Und machen da hinten beim nächsten Mal fertig geschnibbelt. Ich werde ja auch noch eine Möglichkeit. So. Jetzt geht's nur noch da drum. Davon habe ich genug. Ähm. Einmal die zusammenkriegen hier. So. Die sind schon mal durch. Ich habe keine Ahnung, ob das Sinn macht, so viele hier dran zu parken. Ich meine, die werden ja relativ langsam gemacht. Ja. Wiederum, wenn ich das auf dem Server weiterlaufen lasse, mein Jot, dann ist das halt so. Dann, äh, wird ich ja auch voll. Okay, wir haben da. Wir haben wir den. So. So. Ich habe hier, davon haben wir 11, 10, 9, passt ja. Was ist das? Habt ihr das auch gesehen? Die Durchfliege? Da. Herr Spielkind, ich weiß, was du meinst. Okay. Es gibt da wohl einen kleinen Backen. Nur einen kleinen Backen. Gut. Ihr ballert rein, ihr macht relativ... Okay. Das wäre halt die Frage. Wie sieht denn das hier mit der Nachlieferung aus? Gibt es da gerade viel nachgeschoben werden? Wie ich voll bin? Okay, die Maschinen sind ja da vorne. Aber geschenketechnisch ist da auch nicht viel, was danach geht. Theoretisch könnte ich die Anzahl fast doppeln. Das ist wahrscheinlich auch praktisch, aber... Ich hätte hier überall noch einen zweiten Anschluss rumgeführt. Dafür steht das eigentlich alles doof. Und ist vor allem das hier doof gemacht. Aber das macht ja nichts. Das sind ja Sachen, die man ändern kann. Dann haben wir einmal gespeichert. Danke sehr. So. Dann gehen wir jetzt aber mal hin. Und nehmen uns... Acht hiervon. Sieben hiervon. 15. Ja, diesmal richtig gerechnet. Und... Nochmal sieben. Boah, sind es 22 für dieses Jahr. Ich habe da so eine Idee. Es wird ja bald wieder Nacht. Punkt. Punkt. Ähm... Ach verdammt. Dann musste ich den... ...Dingstuhl in die Hand nehmen. Das Teil, was ich jetzt gerade gar nicht dabei habe. Oder wie ging das? Okay, das klappt schon mal nicht. Das klappt auch nicht. Das heißt, ich muss den Zünder in die Hand nehmen. Wo habe ich den Zünder? Den Zünder habe ich im Zug. Da habe ich den Zug beigebracht. Er soll jetzt fahren. Aber er macht eigentlich gar nichts, weil ich hier gar nicht... ...ablade. Ach nee, den habe ich da vorne abgestellt. Haha. Er könnte eigentlich auch mal hingehen. Das ist vielleicht auch gar nicht so eine doofe Idee. Den Zug mal eben zu benutzen, um das der Zeug hier hinbringt. Damit da hinten die Produktion auch wirklich weiterläuft. Und den hatte ich ja an den... Oh. Ja. Danke. Den hatte ich da hinten hingestellt. Und... Da muss ich den aber leer machen. Wie kriege ich den Zug jetzt am effektivsten leer? Oh. Weck dich ab. Ähm. Da ist mir noch zu viel Zeug drin. Natürlich brauche ich. Wie kriege ich dich am besten leer? Ohne, dass es doof wird. Also folgendes. Mhm. Wir könnten da Container dran machen. Und dann kann ich ja schon mal anfangen hin und her zu fahren und das Aluminium hinzuholen. Ja. Das heißt aber, ich brauche nochmal... Von dem Zeug. Äh. Wie viele? 40 plus... Ähm. 20 Stück. 20 plus... 12. Nein. Plus 6. 26 Stück könnte ich damit hinsetzen. Gucken wir mal. Das noch ein bisschen. Das noch mal lieber. Äh. Sortieren. Kann ja... Guck mal. Die kann ich zum Beispiel wegschmeißen. Die brauche ich auf jeden Fall nicht. Ähm. Ich kann auch irgendwas gerade weg tun. Warum habe ich eigentlich keine Bären in der Hand? Und nichts. Pass auf. Ja. Dann haben wir den einen auch noch frei. Super. Ähm. So. Was haben wir hier? Nicht das, was ich brauche. Haben wir hier noch was davon drin? Nein. Okay. Machen wir anders. Jetzt. Oh. So. Ich kann... Wie man sieht... Äh... Schneebälle laden. Puff Wie kann ich jetzt was anderes Ah Okay Okay, das ist ein bisschen blöd Das kann man nicht sehen Verstehe Gut Ich habe jetzt genug für Nicht viel Also wir machen jetzt folgendes Wir hängen da hinten ein paar Container dran Ich muss sowieso erstmal gucken, auf welche Seite hatte ich die denn jetzt Ach, die Äußergründe hätte ich alles Dahin Dann hole ich mir noch ein bisschen anderes Zeug Ja Hier ist ja wahrscheinlich nicht so weit zum Lager rüber Ähm So Nee, nicht so Ich muss sie schützen Aber ich muss sie nicht mehr Ja, ich muss sie schützen Aber ich muss sie nicht mehr Ich muss sie nicht mehr Ja, ich muss sie jetzt ok da kann ich nicht mehr gut runter her laufen deswegen was so und die kommen hier aus dieser und dort kommen sie und dafür das heißt wir holen jetzt erstmal und dann lassen wir den zug einfach mal holen weil da hinten müssten wir alles laden gestellt haben hier vorne und dann auf entladen und so ist alles gut sein da habe ich ein paar sachen drin die ich eigentlich nicht auch aber egal wir holen uns da vorne ein bisschen was also definitiv zwei stacks dann passt das zu denen und jetzt brauchen wir noch irgendwie so um die 80 oder nein wir gehen einfach hin zum nachbar container packen die 80 da rein packen das dazu und dann haben wir einen stack zu nein haben wir doch genau richtig du bist richtig 1,2,3 1,2,3 passt so das läuft doch gut also setzen wir uns die dinger dahin und zwar den hätten wir gerne genau da da stehe ich quasi davor und den hätten wir gerne dort drei können wir davon hintereinander setzen ok sieht es hier aus und einmal hier hin jetzt schnappen wir uns wieder ganz andere dinge hier und dann schweben wir mal eine runde genau euch machen wir da hin ok das reicht und dann schließen wir das mal schön mit fünf Watt Bändern an und dort ok so in der zwischenzeit gehen wir hinein doch du möchtest bitte unload 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 und pack der Stube schon auf unload so so Bahnhof Fahrplan äh mit diesem äh äh mit diesem das heißt der fährt jetzt hier erstmal durch das ist nicht gut egal fahr doch mal ne Runde dann kann ich hier in Ruhe Bänder setzen Bänder setzen Bänder setzen so das 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 da war schon mal wieder ein bisschen was oder das 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 ist da Das ist ein bisschen suboptimal, das ist jetzt nur einer, aber besser als keiner. So, das heißt hier oben müsst ihr jetzt, genau die kommen da rein, passt schon. Okay, wir haben den Zünder in der Hand. Wie sieht es teilszeittechnisch aus? Sollten wir es schaffen? Das heißt, wir fliegen jetzt darüber. Ich hoffe, dass wir nicht hier mittendrin den Strom verlieren. Ah, da ist Strom. Und da ist das, hier ist unser Bäumchen. So, überall liegen Geschenke rum. Die schnappen wir uns auch einmal weg hier, auch wenn wir sie gerade hier nicht brauchen. Quatsch, den wollten wir. Da hinten, na. So, wir haben vier Ecken. Äh. Äh, Quatsch. Doink. Doink. Da. und dann und dann okay Das kriegen wir doch bestimmt. Dann gehen wir auf die nächste Woche und sagen, wie machen wir das denn? Dann... Und da, jetzt haben wir noch drei über, die machen wir mal als nächstes. So, diese vier kommen... Einfach daneben. Soll ich noch ein bisschen schneller runter gehen? Ähm... Okay. Wie heißt, die haben alle unterschiedliche Farben auch noch? Ja. Okay. Okay. Nicht aufeinander werfen. Verstehe. Jetzt habe ich eine zu wenig. Ich brauche da unten eine. Und zwar von den Mittleren. Die hier so durch die Gegend fliegen. Oh, das war ein bisschen... Sind doch die hier, oder? Nutze hier zum Tauschen. Da steht sogar. Ähm... Dann holen wir uns die. Und... hinten da. Einmal da hoch, bitte. So. So. 22 Stück von den Dingern. Und wenn sich die Sonne mal bequemt, runter zu gehen, darauf werden wir jetzt auch noch warten, dann wird das Ganze gezündet. Ja. So. So. Wie immer bei einer meiner Folgen Pläne gemacht. Und über den Haufen geworfen. So. Aber ihr kennt das ja. Mal, dass wir hier hochkommen. So. Aufs Dächlein. Das ist sogar eine gute Ecke hier. Und dann einmal absetzen. So. So. Jetzt bloß nicht die andere Maustaste drücken. Am besten was anderes in die Hand nehmen. Ja. Dann warte mal darauf, dass die Sonne untergeht. Huhn. Hmm. Die Sonne ist heute langsam. Also, wenn ich da so hingucke, wir sind auf Höhe von dem Strich, ne? In dem Strich da. Also. Liebes Spiel. Alles okay. Da auch. Auch der, der so mitten drauf liegt. Alles okay. Auch da hinten. Wunderbar. Aber der da. Ist etwas. Der mitgekommt etwas unterhalb von dem Strich. Es bewegt sich. Aber nicht schnell genug. Ja. Dann würde ich sagen. Warte ich jetzt einfach ein bisschen. Bis das soweit ist. Und dann bin ich auch schon wieder bei euch. Und während die Sonne jetzt langsam verschwindet. Sage ich schon mal. Das war es für heute. Wenn es euch gefallen hat. Dann lasst mal so ein Abo da. Glocke nicht vergessen. Daumen wäre großartig. Kommentar freue ich mich riesig drüber. Und damit. Macht der Tube. Käffchen. Und diesmal nicht Schüss. Sondern. Sonne ist weg. Genau. Ein frohes neues Jahr euch allen. Äh. Moment. Ich krieg das hin. Wir schaffen das. Jetzt aber. Ja. 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 Tschüss. Ja. 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 Ja.